Herzlich Willkommen liebe Zuschauer zum Trading-Tipp. Versicherungsaktien haben sich in den letzten Wochen sehr stark entwickelt. Das heißt in den letzten Wochen eigentlich das ganze Jahr über. Allianz sehr gut gelaufen. Unigree auch überragend sich entwickelt und auch der Basiswert für heute. Die AXA ist sehr gut unterwegs. Wir sehen hier, dass man vor kurzem diesen Widerstand bei knapp 24 Euro überwunden hat. Dieses Kaufsignal auch jetzt bestätigt hat. Auch fundamental. Man hat die Beteiligung an der US-Tochter EQH verkauft für 3,1 Milliarden Euro an Goldman Sachs. Damit die Kapitalausstattung natürlich deutlich verbessert. Es geht um 6 Prozent in der Solvency Capital Ratio nach oben. Wir haben keinen Einfluss auf das EPS, sagt das Unternehmen. Also insgesamt eine sehr positive Transaktion. Technisch, wie gesagt, einwandfrei. Hier nochmal der Blick auf den Drei-Jahres-Chart. Und da sehen wir, dass wir diesen massiven Widerstand knapp unterhalb von 24 Euro jetzt nachhaltig überwunden haben. Und das nächste Ziel ist eben das Hoch von Anfang 2018 im Bereich 27 auf Schlusskursbasis, 28 auf Infra-Day-Basis. Das sind 10, 11 Prozent, die wir hier Luft nach oben haben. Und das sollte, wie gesagt, auf Sicht des ersten Quartals durchaus realistisch sein, hier hin zu steigen. Deswegen die Empfehlung, ein Faktor long. Unseres Partners Morgan Stanley. MC3 HRP kostet 18 Euro, hat einen Faktor von 4, etwas sportlicher, weil auch das Potenzial in der Aktie jetzt nicht so überdramatisch ist. 25 Euro traue ich dem Schein zu. Stoppkurs, den würde ich bei 15 Euro etwa platzieren. Dann ist das Chance-Risikoverhältnis ganz in Ordnung. Das war es zu meiner Seite. Ich wünsche Ihnen einen guten, erfolgreichen Handelstag. Ja, und bis morgen. Tschüss.